Geh tief, geh tief, jetzt kommt er. Ja, ja, ja. Aufpassen, jawohl. Immer schauen, was hier passiert. Na, komm, lieber ein Gebrot. Ja, nur einer geht, so. Jetzt übernehmen, sechs Sekunden, jawohl. Schau, schau, schau! Nr. 1 noch für die Beteiligung, wann ich nur raussetze, dann stehe ich sie nur nach außen. Das ist der Grund, dass hier drei dann immer dementsprechend mitgehen. Dann gehen wir wieder raus und dann beginnt ich. Dann gehen wir wieder raus und gehen jetzt rein. Dann gehen wir wieder raus und gehen weiter. Dann gehen wir wieder raus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ja, Leute schauen, so, ja. Okay, jetzt komm raus wieder langsam, hoppa, pass. Komm raus, komm raus. Das versteht, einer kommt. Innen. Ah, das ist gerade, komm raus. Wie können wir noch? Ich sehe, wichtig ist, dass der eine geht raus, nicht steif. Komm du mal raus. Wichtig ist, dass der eine rausgeht, keinen vertikalen Pass. Stock, wer passt? Jetzt ist eins. Jetzt läuft der Stürmer quer rein, noch mal rein. Was machen wir jetzt? Er entscheidet. Geht er mit kurz, dann sehe ich, ich kann kurz mitgeben, wenn er nicht spielt, kann ich wachsichtigen. Wichtig ist, dass wir ihn überhaupt spielen. Wichtig ist, kein Pass hier hin, sondern er darf nur den Pass so spielen. Dann haben wir genug Zeit, ne? Das ist wichtig, aber wenn er drauf geht, muss er rein. Ich muss noch einmal. Okay, außen. Okay, geh zu, geh aus, geh langsam. Schauen auf die Leute, jawohl. Okay, und raus. Komm nach innen. Komm raus, komm raus. Erst mal stellen. So, jetzt kommen wir da. Radikant Pass. Zu, jawohl. Und stellen. Atakiert. Übernehmen. Stiege, vier, Peter. So, jetzt kommen wir hier ganz rauen. Nein, die Situation gibt einen Ball zu mir. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020